So, heute braten wir zusammen lecker Rindfleisch an. Das sind die kostbaren Stücke. Schuhpettli hat schon mal Öl reingemacht in die Pfanne. Das ist die falsche, da muss die vorne rein. Wo welche? Die? Ah, das ist für Rösti, das ist für... ...der Fleisch? Der Meat. Also die untere Rechte schön vorreizen auf neu. Vielleicht seht ihr auch den leichten Rauf, der aufsteigt. Die muss kretterheiß sein und die andere vorne links auf 6. Also stärkere, mittlere Rechte. Dann gib mal das Fleisch hinein. Auf deutsch, mach das Fleisch in die Pfanne. So? Oder so? Ja. So, und 3, 2, 1... Mit was haben wir da das Panier rausgemacht? Mandeln? Hä? Mh. Was ist denn was da? Ein bisschen Pfeffer. Das ist doch kein Pfeffer. Das ist Fett vom Fleisch. Genau. Ah, gut. Beide Qualität, oder? Und was machst du da? Wenn du es gerne Knoblauch essen, noch ein bisschen Knoblauch. Mh. Ja, das ist auch in der Küche lecker. Schmeckt auch Rinderfleisch. Das sind jetzt voll heftig da, oder? Was machen wir da heute Rösti? Genau. Das ist auch in der Küche. Mh. 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 Das war eine Arbeit heute Nachmittag. Ja, ja. Und gut, hatten wir Zeit und können nicht rausgehen. Mh. 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 Das ist eine Teflonpfanne. Eine Teflonpfanne. Und beim Fleisch auch? Nein, beim Fleisch eine schöne große Eisenpfanne, aber so eine Eisenpfanne aus Coomigo, weil die leicht mit der Hitze besser. Warum haben wir die nicht? Die haben wir. Ist das eigentlich? Mh. Die war zu faul, die war ganz so. Mmh, der ist so schön lecker Butter. Ja, das schmeckt sich Lieblingspfecht. Wieso Butter in die Mitte? Wiener, das drauf ist, er kriegt nichts. Wieso machen wir Butter drauf in die Mitte? Weiß nicht, wer es jetzt wie Chris ist, Frauke. Ist nur das riecht angebrannt. Meine Nase sagt Alarm. Zeig mal. Alarmu! Sehr gut. Oh oh. So, und schön. Sehr gut. Das ist genau die richtige Farbe. Das ist super geil. Super geil. Und was ist das, was jetzt da dran geht? Fassler? Fett. Wöch. Weiß nicht? Blut. Genau. Geil. Aber das sind keine Röster. Wiener ist schon auf der Lauer. Auf der Lauer, auf der Lauer. Da sitzt der kleine Peanut. Hä? Das ist mein Name. Was? Oh, wir konnten einmal nicht hingegucken. Jetzt haben wir schon Peperoni und Knoblauch hier. Hilfe. Hilfe. Also, ähm, ich wünsche euch alle einen guten Appetit. Mama, Papa, Christian, Tamara, Mira, Valentino, ein wunderschönes Käckli. Tschüssi.